Von der Windel verwöhnt. Sorge um ein nasses Bettlaken. Das romantische Gefühl am Morgen wird von einem jählen Schreck abgelöst. Ist das Bettlaken trocken geblieben? Bloß keine nasse Blamage nach der ersten Nacht mit der neuen Freundin. Björn hatte Glück, doch wie soll es weitergehen? Hat seine Blase sich bereits an das regelmäßige Windeltragen gewöhnt? Und was wird Hannah dazu sagen? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage